So, jetzt bin ich da. So, zweiter Herz. Ganz eine Herzige. Zwei Wochen während. Kommt jetzt bald weiter. Wir haben schon eine Katze. Eine Katze ist gut. Katze sind sehr teuer. Aber die ist wirklich ganz, ganz eine Herzige. Und die Babys haben wir ja gerade bekommen. Und Cinchilla Babys. Das ist Walte Katze. Der Name vom Kätzli. Kätzli haben wir sie immer genannt. Walte Katze. Ganz eine Hübsche. Tschüss. Hi. Vielleicht bin ich nicht so dunkel. Ah, wir probieren. Frieda. Alles was mich glücklich macht, habe ich tief in mir. Frieden auf der ganzen Welt wünsche ich mir. Ich hab, was ich brauch. Ich mach, was ich will. Bin frei, völlig glücklich hier zu sein. Mir kann nix passieren. Ich hab Zeit für mich. Mein Leben so wertvoll. Ja, so toll. So, jetzt. So, jetzt. Ich bin interessiert. Und seitdem. Tschüss. So, jetzt. Wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es noch blöd. Nächste Bieter. Das ist mein schöner Garten und Innenhof. Ich hab jetzt alles nur gemerkt. Alle Gebüsch, alle Bäume, alle Blumen, vereinzelt ausgewählt. So schön gesehen. Jetzt. Und alle Blumen, von denen ich beträumt habe, habe ich gekauft. Und so schön jetzt. Das war gesetzt. Und alles kommt hier. Und das ist eine, wo jetzt. Paraply Blumen. Die kommt auch jedes Jahr. So Peren, sagt man in Schwedisch. Kommt jedes Jahr. Die blüht jetzt ganz fleißig. So schön. Ich freue mich so. Es gibt auch zum Teil diese Paraply Blumen. Ich glaube, es heisst Paraply. Ganz grosse. Ich habe jetzt die Kleider. Aber so schön. Ich freue mich immer wieder. Tschüss. Mimim, lila, lila, vada, blumur. La, 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 la. Tschüss. Das ist ein Geschenk. Hast du weisse Foto? Ha? Was meinst du? Ha? So ein bisschen, das habe ich nicht gesehen. Hoffentlich verliebe ich mich nicht so fest. Also drei müssen wir schon verkaufen. Die sind sehr beliebt. Ich habe eine teure Rasse. Aber ein bisschen speziell ist, dass sie nicht heller sind. Weil Papa, ich weiss. Ich weiss nicht, was passiert ist. Ich glaube, Hunger, ha? Hungrig? So schnell, meine Frau. Wie ist denn der Nadel jetzt? Könnte ja nicht süße sein, ne? Echt wie im Kinderladen. Fangen da so sitzen. Das können sie vorher nicht kennen. So herzlich, ne? Tschüss. Ich brauche immer trotzdem ein bisschen Licht. Dass man alle die schönen Farben sehen. So ist es gleich besser her. Probiert. Komm mal. Weiter. Also, ich will weiter weg. Ich gehe. Glück ist und auch jeden Tag ist das höchste Gut. Frieden tief in meinem Herz. Ja, wie gut das tut. Ich habe, was ich brauche. Ich mache, was ich will. Bin frei, völlig glücklich, hier zu sein. Mir kann nichts passieren. Ich habe Zeit für mich. Mein Leben so wertvoll, ja, so toll. Alles, was mich Glück gemacht, habe ich dir in mir. Frieden nach der ganzen Welt wünsche ich mir. Guck mal, meine schöne Blumen. Tschüss. Ich habe den videre. Auf voll federe. Und jetzt. Ich schaue den schönen Stich der Faderung. So sehr. guck mal. Ich habe die Chinchilla Babys. Zwei Familien, fast gleichzeitig. Da ist ein ganz süßer Schwarzer, aber es ist so dunkel. Was sieht ihr nicht? Da ist er. Gummt um die Hand. Und ein Käfig nebenan. Das ist eine Familie, die wir noch nie bekommen haben. Und nebenan ist auch so einer. Aber ein bisschen heller. Ganz herzlich. Tschüss. Die haben jetzt gerade öffnet. Alle sind immer zusammen. Das ist so schön. Die schlafen alle zusammen mit dem Baby. Die sind jetzt sechs Schwarze. Sehr schöne Familie. Schwarze sind sehr gute Familien. Die können auch nie einander umbringen oder streiten nicht viel. Tschüss. Ich komme jetzt zu meinen anderen Babys. Die fangen an sich zu bewegen. Die Augen nach zwei Wochen und jetzt sind sie. Ui, jetzt gehen sie mein Bild. Da muss ich aber die Bilder wegnehmen. Aber es ist wie in einem Spielladen. Die sehen so süß aus. Wahnsinnig, Mama. Ich möchte sie jetzt filmen. So herzig. Die fangen auch kleine Bälle. Hä, was sagst du? Äh, die sind so süß. Ich glaube, die süße Salter. Also über drei und halb Wochen. Du siehst ja, als ob sie spissig wären. Jetzt spielen sie auch. Und ich dachte, ja. Echt, das ist ja wahnsinnig so süß. Hoia. Was sagst du denn du? Jetzt hat Mama noch mehr Arbeit zu haben. Jetzt hat Mama noch mehr Arbeit zu haben. Ja. Sture Forelle, nacktadee, jacktadee, jacktadee, sture Forelle, nacktadee, anastoyadee. Oh, ich glaube, das ist ein Saibling. Ich glaube, ich habe ein großes Saibling gefangen. Und ein kleiner Saibling und die anderen sind Forelle. Ich bin jetzt wirklich nicht ganz sicher. Ich freue mich. Die sind nur fein. Forelle ist sehr fein. Ich habe so viele Hechte jetzt gefangen. Auch viel grösser als diese. Aber Forelle habe ich nicht so viel gefangen. Im Monat glaube ich nicht mehr so viel gefangen. Doch, letztes Wochenende, aber der ist mir aufgehauen. Tschüss. 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 Tschüss.